Hast du keine Webcam? Nein, aber wir haben das Reinkommen ja nie gemacht auf der Webcam, einfach aus dem Grund, weil sie ja abgeschalten ist. Das heißt, da könnte man nur eine Chance haben, aber ich glaube, das ist auch zu wenig. Es ist überall der Kern drauf. Wir müssen ein normales Standbild nehmen, wo man halt keine Rache sieht, sondern wo man nur diese wunderbaren Dinge sieht. Das müssen wir doch, da kannst du dir erinnern, was du gesagt hast, aber es reicht schon. Ja, das reicht schon. Das ist Hobby, glaube ich. Aber das läuft auch in den Quacken wieder.